So, damit herzlich willkommen zum neuen Videomodul Mobilmanagement. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben heute folgende Aufgabenstellung und zwar ein zu sanierendes Gebäude verwendet eine alte Ölheizung mit folgenden Parametern. Wirkungsgrad des Heizkessels 70%, kosten des Heizöls 70 Euro pro 100 Liter. Der Heizwert beträgt 11,8 Kilowattstunden je Kilogramm und die Dichte des Heizöls liegt bei 0,86 Kilogramm pro Liter. Ja, beurteilen Sie, ob sich eine Sanierung lohnt. Die Kosten der Sanierung betragen 11,70 Cent pro eingesparter Kilowattstunde. Ja, und jetzt brauchen wir die Heizkosten und diese wollen wir heute bestimmen. Also die Heizkosten der Ölheizung. Damit erstmal die Formel, die ihr euch wieder auswendig aneignet, damit ihr sie in der Klausur abspulen könnt. Ja, die Aufgabe natürlich verstehen, zwei, dreimal lesen, verstehen, was will man hier von mir. Und dann fangen wir einfach mal an und zwar mit der Darstellung der Formel. Hier dann Heizkosten der Ölheizung. Und ja, klein k, dann eben hier Öl als Index hingepackt. Dann haben wir hier Großk, Öl und hier drunter dann so ein N mit Kessel. Ich schreibe da nochmal hin, was man unter den Notationen versteht, aber ihr könnt auch gerne die Notationen abändern. Sondern das ist eigentlich Banane. Ihr müsst dem Leser eben nur kenntlich machen, worum es sich dann dabei handelt. Und da haben wir hier noch H, Öl und das war es im Prinzip. Würde ich mir erstmal so auf ein Karteikärtchen schreiben und dann auswendig lernen. Ja, jetzt schreibe ich nochmal kurz hin, was wir unter den Notationen verstehen und welche Werte wir in der Aufgabe gegeben haben. Denn hier, hier befinden sich die ganzen Werte, die wir alle brauchen. Ist also schön aufbereitet hier. Und ja, die ordnen wir jetzt der jeweiligen Notationen einfach zu. Erstmal K, Öl. Und ja, K, Öl sind die Kosten des Heizöls. Und hiermit 70 Euro pro 100 Liter angegeben. Also 70 Euro und dann eben pro 100 Liter. Jetzt würde ich das Ganze allerdings umformen. Das heißt, Euro pro Liter und nicht eben Euro pro 100 Liter. Und dann hätten wir hier eben 0,7 Euro oder eben 70 Cent. Und dann pro Liter. Achtet auf sowas. Das ist der Wert, den wir dann gleich heranziehen werden. Dann einmal mit. Was haben wir noch? Wir haben den Heizwert. Nehmen wir H, Groß H, Öl für den Heizwert. Und hier haben wir dann 11,8 Kilowattstunden. Ich war ein bisschen gemein. Ich habe hier die Einheiten, die Größen alle ausgeschrieben. Kilowattstunden und zwar je Kilogramm. So, den nehmen wir auch so, wie er dort steht. Da müssen wir nichts weiter dran verändern. Dann mit. Was haben wir noch? Die Dichte. Dann nehmen wir mal hier das P, Öl. So, ist nicht wirklich ein P. Ich weiß jetzt auch nicht, wie der in der Mathematik heißt. Dieser Buchstabe. Ihr könnt gerne auch ganz andere Buchstaben nehmen. Notation. Dann haben wir hier 0,86 Kilogramm pro Liter. Und den Wert lassen wir so. Da müssen wir auch nichts umformen oder so. So, und dann einmal mit. Was haben wir hier noch? Wir haben noch den Kessel. So, da haben wir hier wieder unser N. Und zwar, ja, einfach nur Kessel. Und dann haben wir hier, äh, ich muss jetzt nochmal kurz gucken. Wo hatten wir den? Das ist der Wirkungsgrad. Und zwar 70%. So, und die formen wir natürlich um. Und zwar zu 0,7. Wir wollen das Prozent hier rausbekommen. So, 0,7. Das ist der Wert, den wir heranziehen. Ja, so kann man sich erstmal alle Werte als gegeben aus der Aufgabe notieren. Die Formel notieren. Und dann ist das einfach nur noch einsetzen. Man ist auf der sicheren Seite, hat ein gutes Gefühl und kommt zu korrekten Ergebnissen. Lass uns das einfach mal machen. Und zwar haben wir Köl, äh, 0,7 Euro Liter. Achtet darauf, dass ihr die Einheiten, beziehungsweise die Größen mitschreibt. Hier Euro, Liter. Dann haben wir einen Bruchstrich hier hin. Was haben wir hier? Kessel. Wobei, hier wäre das wirklich echt egal, was von den drei Werten ihr als erstes hier nach links packt oder nach rechts. Oder in welchen ihr in die Mitte packt, weil Multiplikation, ähm, ja, ist eigentlich egal. Ihr müsst euch eigentlich nur merken, dass oben die Kosten stehen des Heizmöls. Und darunter alle anderen Größen, die ihr hier irgendwie noch in der Aufgabe gegeben habt. Also es ist, selbst wenn ich die Formel nicht kenne oder nur weiß, dass die Kosten oben stehen, dann müssen alle anderen Größen darunter stehen. Aber okay. Ist auch nicht so schwer jetzt, diese kleine Formel sich anzueignen. Ja, 0,7. Dann haben wir hier die Dichte. Dichte haben wir jetzt hier 0,86 Kilogramm je Liter. Und den Heizwert nehmen wir nochmal mit. Und zwar 11,8 Kilowattstunden je Kilogramm. So, das gebt ihr alles in den Taschenrechner ein. Und dann steht am Ende eine Euro zu Kilowattstunden Angabe dort. Ich hatte euch ja den Tipp gegeben, entweder lernt ihr die Endergebnisse, die Einheiten, die am Ende stehen bleiben, auswendig. Oder ihr eignet euch die Einheiten bzw. die Größenberechnung eben an. Ja, ich würde sagen, Taschenrechner 0,7 oben. Dann unten 0,7. Dann mal 0,86 mal 11,8. So, und dann kommen wir hier auf 0,09. 0,0985. Ich nehme jetzt mal 4 Nachkommastellen. Und dann haben wir hier am Ende stehen Euro je Kilowattstunde. Ja, also die... Gucken wir mal kurz. Hier haben wir Kilogramm oberhalb des Bruches. Hier der unter, das löst sich dann auf. Bei Liter haben wir hier immer Liter, da Liter. Ja, am Ende bleibt dann hier Euro Kilowattstunde übrig. Jo, das unterstreichen wir. Jetzt kann es natürlich in der Aufgabenstellung so sein, dass ich nicht Euro angeben soll, sondern Cent. Und das macht ja durchaus Sinn. Denn wir haben hier die Kosten der Sanierung. Das ist die Ausgangsfragestellung. Und zwar 11,7 Cent pro eingesparter Kilowattstunde. Und damit wir das miteinander vergleichen können, macht das durchaus Sinn, die selben Einheiten anzugeben, wie hier also Cent pro Kilowattstunde und hier haben wir Euro pro Kilowattstunde. Das heißt, wir haben hier dann Köl gleich... Und jetzt müssen wir einmal nur das Kommata verschieben. Dann kommen wir auf 9,85 Cent CT für Cent Kilowattstunde. Darauf müsst ihr eben achten. Und jetzt können wir die auch miteinander vergleichen. Und wir kommen hier zu einer Antwort. Das sieht man hier schon. Und zwar 11,7 ist größer als die 9,85. Das heißt, es ist für mich günstiger, die Ölheizung weiter zu betreiben, als eine Sanierung vorzunehmen, mich von der Ölheizung zu verabschieden. Ja, und das sollte dann noch im Antwortsatz stehen. Da schreiben wir mal kurz hin. Eine Sanierung würde sich nicht lohnen. Und jetzt können wir noch hinschreiben, da... So, wir haben einmal Köl. Köl und zwar mit 9,85 Cent je Kilowattstunde. Eben kleiner ist als Groß-K... Ja, Groß-Köl würde ich einfach nehmen für die Sanierung und hier eben für den weiteren Betrieb. Ey, ihr könnt die Notation auch... Ihr könnt hier ein großes S auch für Sanierung oder so hinschreiben. Oder das ausschreiben. So, 11,70 Cent Kilowattstunde. Ja, Punkt. Das würde ich auf jeden Fall hier noch als Antwortsatz schreiben. Das ist ja ein geschenkter Punkt. Jetzt nochmal hier auf diesen Wert eingehen. Und jetzt haben wir das auch beurteilt und gesagt, okay, wir haben die Heizkosten bestimmt. Die Sanierungskosten haben wir eventuell schon im Vorwege, in einer vorherigen Aufgabe bestimmt. Und jetzt vergleichen wir die beiden Werte einfach miteinander und kommen zum Schluss, ey, eine Sanierung würde hier einfach keinen Sinn machen. So, was wäre die Lösung? Die Lösung wäre, dass beispielsweise der Staat oder, ja, also der Bund bzw. das Land hier Subvention tätigt und sagt, okay, wir subventionieren die Sanierung, weil es vielleicht umweltfreundlicher ist, nachhaltiger ist und wenn ihr saniert, dann bekommt ihr nochmal einen Zuschuss von uns. Und dann könnte es durchaus sein, dass die Sanierung gegenüber dem weiteren Betrieb der Ölheizung sich lohnen würde. Aber nur durch die Subvention. Ja, Lösung könnten wir hier nochmal hinschreiben. Lösung wäre eben Subvention der Sanierung im Zuge der Nachhaltigkeit. Bis zum nächsten Mal und ciao.